Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Ace of Spades. Das Spiel habe ich mir gerade runtergeladen, ich habe es noch nie gespielt. Ich werde es jetzt mit euch sofort mal testen. Soll aber ganz lustig sein, sieht man schon hier an der Grafik. Ist irgendwie recht nah angelehnt an Minecraft, von der Optik her jedenfalls. Aber ist halt noch mit Geballer und Gemetzel und gucken was uns hier erwartet. Wir können uns jetzt hier eine Klasse wählen. Und zwar mit den Kommandosoldaten. Du kannst mit schweren Waffen viel Schaden anrichten und heftig einstecken. Du zeigst den Mösewicht, wer der Boss ist. Würfel 50 von 200, was damit auch sich hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich können wir damit irgendwas bauen oder so. Scharfschütze, du bewegst dich schneller und springst höher als Angehörige anderer Klassen. Aber du besitzt nur wenig Munition und deine Gesundheit ist begrenzt. Also bleib immer in Bewegung. Raketenschütze, steig in die Lüfte. Verwende den Raketenrucksack, um Orte aufzusuchen, die andere Klassen nicht erreichen können. Aber pass auf, dass du bei der Landung nicht ungeschützt bist. Ungeschützt, so. Bergarbeiter, warum mittendurch, wenn es auch drunter hergeht? Bahne dir durch Tunnel und Zerstörung deinen Weg zum Feind. Begib dich in die nächste Nähe. Würfel 150 von 1000. Nehmen wir noch einmal hier Fertigbauten. Flammenwürfel, Kosten 10. Okay, weiß nicht, was man mit den Kosten auf sich hat. Squarebunker, okay. Bunkerwall und Fortwall. Demo auch alle unterschiedliche. Sachen oder Fertigbauten. Ja, ich würde sagen, wir kommen mit den Strafschützen an. So sehen wir dann so aus. Wählen. Ja. Auf geht's. Äh, ja hier lädt sich die Map irgendwie noch nebenbei. Oder die Weitsicht. Also man sieht schon, dass das irgendwie sehr an Minecraft angelehnt. Interessante Map. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was für ein Modus wir gewählt haben. Zerstörungsmodus. Also ich schätze mal, wir müssen die gegnerische Basis zerstören. Ja, anzoomt, ne? So geht das. Wie ein Counter-2-Concourt. Okay, wir haben drei Schuss in diesem Scharfschützengewehr. Haben insgesamt, wie es eben aussah, nur zwölf Schuss. Okay, da kommt schon wieder hin. Ups. Okay, der hält ein bisschen mehr aus scheinbar. Okay, okay. Ja. Der haut uns gleich weg. Ne, der ist tot. Das ist ein Mate. Monkey. Yo, Monkey. Okay. Okay, wir sollten uns als Scharfschützen natürlich nicht so nah dahin begeben. Da müssen wir unsere Freunde mal von hinten ein bisschen entdecken. Also wir können irgendwie auf jeden Fall schon richtig hoch springen hier. Der Kumpel wohl auch. Ich habe das Gefühl, wir springen noch ein bisschen höher. Da sind wohl diese Fertigbauten, die er sich dahin gestellt hat. Ich weiß, ob der gerade gute Spritze ist. Ja, zielen sollten wir, wir haben keine Cross-Ausung. Oh, oh, Alter. Ja. Hm. Wo positionieren wir uns dann am besten? Sprinten können wir auch. Das Gefühl ist ein bisschen laggy, das Spiel. Okay. Okay, der war nicht getroffen. Also wie der oder wie wir lecken, klappt man den auch nicht so. Der war getroffen. Da spritzt das Blut. Das quadratische Blut. Der will hier wohl von hinten ran an die Geschichte. Kann da voll knicken. Nachmann ey. Okay. Ja, was haben wir denn hier? Minen. Okay, sieht man die nicht, wenn ich die hier hinsetze? Jetzt tun wir einfach mal ein paar Minen hin. Ja, wir können ja mal so ein bisschen probieren, wie Minecraft uns hier durchzuschlagen. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt uncool, dass ich meine Basis hier in ein Loch rein haue. Irgendwo neben uns haut irgendwie auch ein altes Gefühl. Alter. Ja. Haben wir die falsche Stelle ausgesucht, oder? Ja, es wirkt ent... Ach, ne. Hier sind wir durch. Jo, soo, machen wir da jetzt nichts. Damit es keiner sieht. Hö? Hat der in ein Loch gehauen, da können wir nicht runter, oder wie? Ach, ist das ein Mates, oder wie? Ach die... Ach so, jetzt habe ich den wahrscheinlich in die Hand gespielt. Wahrscheinlich muss man das irgendwie so zerstören, das Gebäude. Och, reden wir doch mal über den Gegnern und zerstören, das mal. Ich weiß nicht wie realistisch das hier ist mit den Schüssen, ah da hab ich ihn einmal getroffen. Ob die natürlich wie Battlefield 3 an Höhe verlieren wegen der Erdenziehungskraft, wenn man schießt. Das war auch nichts, ich glaube wir müssen mal Klasse ändern. Raketenstützer, das finde ich mal interessant jetzt, ist das MP, Raketenrucksack, Raketenturm, nimm mal das. Ja, ok. Wir sind auf jeden Fall langsam. Oh. Verrückt mich jetzt, oder? Ok, uncool. Ja, da wurde unseren Raketenrucksack getroffen. Wir müssen hier erstmal ein bisschen Börschschüssen. Pistil, Pistil, Pistil! Damn. Ich denke er soll den Tod nicht kriegen. Alter, komm, freu mal um! Er ist tot? Ja, ist er. Haben wir jetzt keine... Was ist denn das? Wie kann ich denn das verwenden? Kann ich den jetzt irgendwie steuern? Oh, guckt der jetzt in die Richtung? Kann er nicht auch in eine andere Richtung gucken? Was ist die Kiste? Was bringt das? Schau dich wie im Worms! Oh man! Oh man! Ein Kill haben wir erst gemacht! So, dann kann ich hier den Turm hinstellen und Kann ich dann Kann ich den irgendwie steuern oder so Was hab ich denn, oh, jetzt hab ich den Turm kaputt gemacht Brauchen wir, ich weiß nicht, was das so was bringt Ja, also hier kommen wir schon mal hoch, die anderen nicht Ja So, was muss man denn hier machen, muss man da hoch oder Oh, meine Maus bewegt sich nicht hoch Mach ich das Ding jetzt kaputt damit oder wie? Ich versteh es nicht Ist das keine Anleitung? Da, da oben ist ja das Symbol Wenn ich dahin komme Das Symbol, ne, bringt nichts, muss ich das einfach hier kaputt machen oder wie? Okay Und bitte bezahlen Oh, fuck Ja, einfach so stören wahrscheinlich Wahrscheinlich ist das irgendwie nicht effektiv, was ich hier mache Er macht was ähnliches Oh Kann man irgendwie chatten Einstellung Versteuerung Ich verrege wahrscheinlich nebenbei Chat Globaler Chat C ilder Ich glaube, ich habe euch hier Oh, das ist ein cooles Ding! Es ist ein cooles Ding! Und das ist mir Ah, da haben wir ihn. Wahrscheinlich habe ich ihn mir gerade anzuwäufen oder so. Oh man, ich werde auch mal so ein Ding haben. Minigun. RPG. Hol mir mal den RPG mal aus. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay. Hey, Alter. So. Okay. Hehehe. Paketwerfer gefällt mir schon besser. Oh, jetzt ist er daun. Woah. Da hat uns der Chief erwischt. Irgendwie ist das Spiel lustig, ne? Aber ich würde gerne wissen, wie ich jetzt das Ding jetzt... Oh, es war eine Granate. Wie ich das Ding jetzt zerstöre. Einfach Granaten reinwerfen und so, oder? Aber irgendwie sind wir am Gewinn, wie es aussieht an den Balken da links. Oh man. Let's see them survive this. Und dann wird nur ein Team sein. Dann wird das Ding halt schon geschlossen. Baaam. Schutzschild wahrscheinlich, ja? Und jetzt? Oh man! Gucken wir uns nochmal... Ein paar Sekunden, was jetzt hier noch geht, mit den Schleudern dann vorwärtsziehen, streichen... Boah! Geile Musik! Yeah! Oh man! Also der Monkey hat schon mal voll drauf und der Rest nicht von unserem Team! Okay, das war mal der Zerstörungsmodus in Ace of Spades! Und... Ich bedanke mich erstmal für das Zuschauen und... Nächste Let's Play werde ich mich mal vor ein bisschen informieren, wie das auch so zu spielen ist. Gibt's auch verschiedene Spielmodi? Irgendwas auch mit Zombies und Team Desmatches und Captions und Flag? Alles dabei! Ne? Also... Nächstes Mal wieder einschalten! Bis zum nächsten Mal! Haut rein Jungs! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!